Berlin, 1928, ein Nachtclub. Das ist Max Oberleitner, der Assistent der Geschäftsführung. Weiß die ganze Oberleitner, grüß Gott. Er hat es nicht leicht. Aber er hat trotzdem Spaß im Leben. Und er hat eine Sehnsucht im Herzen. Ich kann mich gut an unseren ersten Sommer erinnern. An das weiße Kleid, was sie trug. Das ist Clara Laban, die Geschäftsführung. Weiß die ganze Laban? Sie hat es sehr leicht. Max, Telefon. Und sowieso immer Spaß im Leben. Ja, sitzt im Wagen, ja. Er ist mit dem Taxi hergekommen. Steht sie an der Kreuzung. Ist gerade rot. Ist so ein Typ auf der Straße. Kickt sie an. Will zum Wagen hingehen. Prozent. Na den viunchen. Ka-Tschin. Sie hat es nicht richtig. Sie hat es nicht die Ladies Dr. Und der Wewig. déhecht. Au couple V Şaffsar. Satu s Holl après. Del вышst folk geschehen. Gut gemacht wird. gay und dinos. Und wir sehen. Ihr gemeinsamer Arbeitsalltag verläuft harmonisch. Du hast nur 60 hingeschrieben? Warum? Ja klar, damit ich mich nicht auffriere. Meistens jedenfalls. Sie sind ein super Team. Du musst mir nicht fliegen nach Berlin. Kann ich dir noch ja nicht erzählen, ja? Gestern im Eldorado, rate, wer da war, Maro war da, du glaubst nicht, wen sie mit hatte. Mehr von Klara und Max in Weiße Katze am 17. und 18. Januar, 20 Uhr im Theater Verlängertes Wohnzimmer.